die dritte zweite strafe zwei minuten strafe zu kassieren aber der lässt sie nie aus der ruhe bringen und scheut sich dann nicht noch mal wurf zu nehmen schöner hüftwurf von niemand schon mit seinem zweiten tor und mewas auf der anderen seite ich bleib dabei der ist heute nicht im spiel findet noch nicht so den richtigen flow hier nochmal zack